ARD Text im Auftrag von Funk Das war voll komisch, ich stand richtig auf der Stelle und da hat mich irgendwie im Mund gegürzt Lopo-Churky hierher, Paul, dass er dich fressen würde, ich fress ihn nicht Ja, letztendlich leide ich dann drunter Vorsicht, Rape! Nur damit du mal größer wirst Paul, bleib bei mir Ja, ich kann doch eh noch nichts auf dich machen mit der Größe Ich bin ja noch nicht so bedrohlich Oh, Nazi ist jetzt ganz klein Vorsicht, Paul! Nein! Vorsicht, Paul! Ach, solange der jetzt nicht schießt Oh, ich glaube, er schießt, gell? Nee, wenn du nochmal schießt, wird er noch kleiner Ich glaube nicht, dass du das machst Mann, ich will wieder größer sein Oh nein, er verbindet sich wieder Ich vergesse aber gleich Ha! Ich hab einen gegessen Der ist einfach um mich reingeschwupst Komm, Paul, lass russer Vor allem, was ist Hello Pippi für ein Name? Okay, oh mein Gott Nein, Paul, nicht der Name Nein! Ach man, es hat sich schon wieder jemand so geteilt und mich gegessen Ich glaube, ich hab den Trick noch nicht so ganz raus, wie sowas funktioniert Das zeigt eigentlich nur Glück Ja, eigentlich schon Er muss, glaube ich, auch irgendwie diesen Trick rauskriegen Ja, ich hab keinen gefressen, also Ja, ich gesehen Ja Und da, wo die Maus ist, da schießt man dann hin Ja, ich glaube Aber die Gefahrzeit ist, ich bin jetzt ja kleiner Und kann jetzt auch einfach gefressen werden Aber wenn man sich abschießt, dann ist man ja in dem Moment auch kleiner Das heißt, man weiß nicht, ob man den anderen noch erwischen könnte Ja, nee, ich konnte gerade weiter der wirklich erheblich kleiner waren Man muss das ja dann exakt planen, also ausmessen Ob das dann noch hinhalten würde Müsst ja ungefähr doppelt so groß sein dafür Alter, da sind nur solche riesigen Weg hier Nein! Die wollen mich alle fressen Hilfe! Oh, das war jetzt richtig knapp Die Starks Ich mag die Starks Sie sind nachher geschossen und hat verkehrt Sie dürfen mich nicht fressen Ach, sie dürfen Sie sind doch schon alle rot Oh, jetzt habe ich einen gegessen Der war ganz groß Der war so groß wie ich Das hat mir gerade richtig viel gebracht Oh, jetzt bin ich so lahm Oder hackt es gerade Das hackt er immer noch Oder? Ja, Punkt zu Nein! Mein Gott, er hat sich geteilt Dieses Arschloch Hat's gefressen Soll ich das mal ausprobieren? Hey, wo hast du gerade gefressen? Wie bitte? Wie teilt man sich mit Lärthaste? Ich habe gerade gefressen Kontakt Boah, ich habe mich gerade geteilt Aber es hat nicht geklappt Wie komme ich dann wieder zusammen? Das dauert dann Es geht dann nachher Zeit wieder Ich habe es gerade probiert Aber ich war noch zu klein dafür Ich werde wieder zusammen Hi Habt das bei euch auch gerade so? Ja, so ein bisschen Ich möchte wieder mich zusammenfügen Alter Wie oft er sich hier geteilt hat Ja, jetzt bin ich wieder eins Ich probiere es gleich nochmal Weg von dem Der ist doof Mit dem Teil Oh Mann, hier sind voll die Großen Hier habe ich keine Chance Wo sind die denn hier alle so groß? Mann, ich kann jemanden nicht essen Oder du bist klein Weil wenn ich mich teile bin ich so groß wie die selber sind Das heißt, bringt mir gar nichts als wenn ich mich so wegschieße Ich muss noch größer werden damit das klappt Die machen beziehungsweise einer von uns mal erster Ja, so lange fehlen wir Würde ich sagen Na okay Das ist ein Deal Also geht mir davon aus, dass die die Display fünf Stunden dauern wird Ja Das ist ja sehr optimistisch Siehst du, jetzt hat sie wieder versucht mich zu kriegen Aber als er sich geteilt hat war das Problem wie bei mir Er war dann genauso groß wie ich bin Oh oh Vor allem wir sind beide wieder umgekehrt Nein Das ist ja ein Arschloch Der hat eins abgegeben Der hat's gefressen Und dann hat er ihn gefressen Versteht ihr? Der hat einen Teil von sich abgeschossen als Futter Der Typ hat das genommen Weil er sich gefreut hat Und dann hat der Typ ihn komplett aufgegessen Und ich hätte das Ding auch fast angenommen Ich bin froh, dass ich weg bin Ich würde euch ja gerne mal wieder treffen Ich gehe mit deinen Gemeinde Und dann ich wollte euch ć ich rate